Sportwetten Baseball 8.05.2019 Tagesgewinn, 285 Euro Quantenmechanik-String-Heroi-Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube, heute ist Mittwoch, der 8. Mai 2019 und jetzt liegen die Ergebnisse vor. Die Web-Prognose für das Baseball in den USA hat mal wieder bestens geklappt, auch wenn es 128 Reihen bzw. 128 Einsätze bedurft hat. Aber der Gewinn war dann 285 Euro, was immerhin einen Nettogewinn von 160 Euro etwa ausmacht. Baseball USA Clevelö an Chicago 12 1 zu 9 2 Euro 20 2 Euro 20 New York Seattle 12 7 zu 3 1 Euro 60 3 Euro 52 Toronto Minnesota 2 0 zu 8 1 Euro 65 5 Euro 81 Milwaukee Washington 12 5 zu 3 1 Euro 90 11 Euro First Louis Philadelphia 12 6 zu 0 2 Euro 22 Euro 7 Chicago Miami 12 5 6 2 Euro 40 52 Euro 97 Houston Kansas 12 6 zu 4 1 Euro 40 4 Euro 74 Euro 16 Oakland Cincinnati 12 2 zu 0 1 Euro 75 129 Euro 77 San Diego New York Mets 12 4 zu 0 2 Euro 20 285 Euro 50 128 Einsätze automatisch öls Kauley 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 Kauley